hallo leute und ein herzliches willkommen wieder mal zu einer neuen folge von fortnite battle royale ok ich würde sagen wir landen jetzt einfach mal hier oben obwohl oh mein gott wie viel nee wir machen 100 hoch ich wollte gerade eigentlich noch sagen wir machen zur form aber nee da fliegen mir gerade ein bisschen zu viele leute hin so shotgun ok hier ist jemand natal 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 oben ist auf jeden fall einer hey wo bist du ich glaube da ist runter gesprungen rota nein der macht jetzt nach unten dude der weiß bestimmt dass wir hier sind jawoll wir haben ihn sehr schön so nehmen wir mal holz mit und dann holen wir uns mal den kollegen hier ist ein loot oh ja was schönes zeug eigentlich auch heute ein trank ja da ist nicht verkehrt ok wir sind auf jeden fall in der zone das ist auch nicht verkehrt so gucken wir mal noch hier rein in die kleine hütte raketen leichte munition ok da hinten liegt auch noch was eine shotgun ja die brauchen wir nicht aber die munition dafür die könnte ich gebrauchen ich hätte gerne eigentlich noch ein sturmgewehr oder sowas für distanzen halt da bei dem container da könnte vielleicht noch was drin sind eine kiste wäre cool ne 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 schon nichts ok aber steinchen gut 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 hier runter sind auf jeden fall viele zu der form ja drin ist eine kiste ok ja da war schon jemand die leuchtet nicht mehr ne doch 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 so sehr schön da würde ich sagen machen wir mal in die richtung sehen wir hier irgendwo was wo wir hingehen könnten mist da hinten ist ein kleiner turm ich brauche behäuser hier unten bei der brücke würde ich sagen gucken wir einfach mal da könnte vielleicht etwas sein aber so an sich glaube ich hier finden wir nichts gutes jetzt bei der brücke so jetzt müsste auch demnächst auch hier bei fortnite auch das halloween event beginnen leute davon werde ich dann auf jeden fall auch was hochladen und fortnite wird denke ich mal auch dann nachdem ich halloween event mäßig was hochgeladen habe denke ich mal wird erstmal fortnite nicht mehr kommen weil ich genug andere let's plays habe so und zwar ja habe ich ja alle schon mal damals mal vorgezählt aber ich mache es jetzt nochmal assassin's creed origins wolfenstein the new colossus call of duty world war 2 star wars battlefront 2 das will ich auf jeden fall alles jetzt noch so demnächst let's playen so wir machen jetzt mal hier hoch da müsste auch noch ein haus sein oder ja 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 ok wo kommt hier loot dort hinten kommt noch irgendwo nein sehe jetzt hier zumindest nicht andere orte noch wo noch was kommt ok schick's jetzt hier aus da ist eine kiste auf jeden fall ich wäre echt gerade mal froh wenn ich wüsste wo hier 47 andere spieler sein sollen weil irgendwie sehen wir absolut gar keinen hier rumlaufen wo so wir machen mal hier hoch zu dem kaputten haus muss ich sagen so bandagen ja kann ich immer gebrauchen halt munition so schön ohne sniper hu 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 so sturmgewehr hier hin shotgun hier hin granaten ja müssen wir wegwerfen müssen wir wegwerfen so weg damit ich meine ich hätte sie jetzt auch einfach hier liegen lassen können aber ne falls ein anderer spieler herkommt soll er sie nicht mitnehmen da wirst du lieber verbrauchen so sehr gut das sniper haben wir auf jeden fall jetzt noch so so ich hätte bloß gern nochmal ein sturmgewehr in einer anderen farbe vielleicht eine skah wäre super oder eine grüne m4 zumindest da würde ich mich schon freuen muss ich sagen da war auf jeden fall was gebaut von jemand anders ok das heißt hier war schon mal jemand gut hier drin haben wir noch ein paar kugeln ja ja nett hallo halt ist das da da baut sich jemand was aus metall ok damit wissen wir zumindest dort hinten ist jemand sehr gut dann machen wir mal dort zu dieser kleinen hütte würde ich sagen crazy groove ist dann auch dort gleich in der nähe ich könnte mir vorstellen dort sind noch andere spieler dann in der stadt ok eine m4 eine andere sache habe ich mir ja gewünscht gut dankeschön spiel mein spiel äh mein spiel das spiel hat meine wünsche erhört mein spiel wie komme ich denn darauf plötzlich meine nein eigentlich nicht ok wir bauen mal hier noch ein paar ressourcen ab so jetzt schön ein bisschen holz oh da ist eine kiste und dahinten baut sich jemand was schickes nach oben ja der will halt mal die aussicht genießen schade ich würde mal sehen ob ich einen treff falls der eine snipe hat und probiert auf uns zu snipen ja schießen wir den astronaut zurück aber so glaube ich nicht dass er uns trifft oder dass er es probiert das bezweifle ich jetzt einfach mal so nehmen wir noch hier ein bisschen steinchen mit und dann auch die kiste so komm her so eine lilanes sniper ja da bin ich kritisch gegenüber der die blaue muss ich sagen gefällt mir da doch noch besser die macht mir persönlich ein bisschen zu wenig schaden aber die hat halt ein höheres magazin das ist halt das gute an dieser sniper aber ja wir behalten die hier die behalten wir schon ich bin mehr so der fan von der her die gefällt mir viel besser die liebt mir auch viel besser so vom feeling her und so ich weiß nicht mit der anderen komme ich wirklich nicht so gut klar und da vorne war auf jeden fall gerade ein anderer spieler der ja da ist er jawoll sehr gut gucken mal lieber hier ist hier noch irgendjemand komm was hast du denn so schönes dabei ähm ja munition möchte ich von dem an die materialien die waffen interessieren mich nicht so hallo hier ist niemand zufällig der mich jetzt beobachtet hier beim looten also ein kleiner stalker hier nein okay ist nirgends mehr so da wollte dann schon zu dem haus hier ich glaube hier war auch noch niemand drin ne oh 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 hier war auf jeden fall schon jemand drin und hier wird geschossen das ist nicht so gut okay darum ist aber noch eine kiste die höre ich so dann machen wir hier aus stein lieber so dann lassen wir uns erstmal noch ein bisschen hier nieder in dem haus würde ich sagen das haus finde ich eigentlich ganz okay so auch vom standort her so aber wir machen hier erstmal ein bisschen mehr stein dran würde ich sagen und die wände weg wo ein fenster ist damit uns erstmal niemand sieht wir bauen dann vielleicht unsere eigenen fenster noch mit hier ein so bremsi und jetzt hier oben zur kiste so so äh ja nichts was wir eigentlich so gebrauchen könnten so ok so machen wir uns mal hier ein kleines stein dach falls oben jemand das richtige dach zerstört so machen wir hier ein kleines loch so dann haben wir dort das im blick gut dann machen wir hier nochmal so das und so na gut dort kann ich dann hin schießen auch noch ok sehr gut obwohl nehmen wir das so hier und hier mache ich das so dann habe ich hier mit diese tür im fleck und hier mit die tür ok und da draußen bekriegen sich auf jeden fall immer noch welche das habe ich doch gerade gehört so bumm und bumm ok wir können sogar noch drinnen bleiben in dem haus sehr schön weil wir noch in der zone sind aber ich denke mal wir müssen dann sowieso weiter hier wird es nicht enden so so reisen wir hier etwas ab so gut dann heißt es warten warten sehr lange warten so da höre ich was ok baut auf jeden fall jemand was ich höre sie ist es jemand über uns auf jeden fall ja auf unserem wunderschönen dach ist jemand ähm können sie bitte runter gehen von meinem dach bitte ich weiß nicht von mir runter und nach oben gucken dieser ist die könnte ich es bereuen ich glaube ja wir haben auf jeden fall noch unsere kleinen fluchtlöcher durch die könnten wir zur not auch noch flüchten der baut wieder was ok jetzt zerstört er was oh ja mach weiter kollege was machst du da oben baut er sich jetzt über mir auf oder was der weiß doch bestimmt dass wir noch hier sind denke ich mal oh 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 ach du schreck ähm ja kollege du weißt schon das ist mein haus aber okay ich erlaube es dir hier kurzfristig zu bleiben ok ja holz ruhig mal weiter ab das holz habe ich sowieso nicht gebraucht von daher mach ruhig weiter ähm das meint er aua ach du scheiße ähm ja hallo so oh oh gott ne ach du scheiße da das ganze haus auseinander genommen oh man das war jetzt echt schade ja aber warum habe ich eigentlich nie einen raketenwerfer das fällt mir mittlerweile immer mehr auf ich wünsche mir ja immer einen raketenwerfer aber ich bekomme nie einen das heißt ich darf nicht daran glauben dass ich einen raketenwerfer bekomme ne niemals vom raketenwerfer träume und dann bekomme ich einen menschengrad ich brauche ok leute aber dann würde ich sagen hier dieser stelle beenden wir das video wem das video hier gefallen hat er kann sehr gerne eine bewertung da lassen mir einen kommentar schreiben gerne das video teilen und ja Leute haut rein und ciao